Wo trifft man die große Liebe? Das ist die gute Frage. Jeder hat eine andere Antwort drauf und jeder hat auch immer die besten Tipps, woran man dahin geht. Wir haben das auch mal ausprobiert. Eins davon hat Sebastian Gott gemacht, dass gerade eben war er als erstes im Supermarkt. Er hat auf die Körbchen der Frauen geachtet, also auf die Einhauskürzungen, die da drin ist. Und ob man da erkennen kann, Single oder Vergeben.